Ein ganz besonderer internationaler Gast im Balimo Dojo des HKC Karate Clubs. Das ist Toshito Kokobun, mehrfacher Karate-Weltmeister, Al-Asia-Meister und weltweit anerkannter Karate-Lehrer. Als Ehrengast der Karate World Championship in Bremen in Deutschland besuchte er die Magdeburger Karatekas, die sehr erfolgreich bei den letzten Weltmeisterschaften abgeschnitten und so die Aufmerksamkeit des Meisters auf sich gezogen hatten. In Barleben beobachtete er eine Trainingseinheit der Nachwuchsabteilung. Also für unser Duo ist das eine ganz toll, also eine Ehre erstmal, dass so eine hohe Persönlichkeit erstmal im Wettkampf geschehen. Weltweit anerkannter, erfolgreicher Karateka und dann auch wirtschaftlich. Also es ist einfach ein toller Freundschaftsbesuch, eine Ehre für uns. Das heißt, ich kann das schon als einzigortig in Deutschland werden und von daher kann ich das ungemein schätzen. Toshito Kokobun ist als Sensei, als älterer Meister, Vorbild auch für die jungen Kämpfer hier. Und so ist das gemeinsame Foto mit ihm für alle eine große Ehre. Sehr gute Bedingungen hier und es ist die richtige Methode, eine saubere Technik bis zur Perfektion immer wieder zu wiederholen. Und das ist die Quintessenz seiner Methode, nach der in seinen Studios in Japan über 5000 Karatekas ihre Technik vervollkommenen. Und auch im Barleben werden die jungen Kämpfer diesem Ziel weiter nacheifern.